Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hope. Ja, und auf der Suche nach einem weiteren Tor. Und zwar gibt es fünf, laut den Errungenschaften, gibt es fünf von diesen Toren. Und wir haben ja nur vier insgesamt gefunden. Also zwei haben wir geöffnet. Und für die, die jetzt nicht wissen, was für ein Tor ich meine, ich meine diesen speziellen Toren, wir haben ja im letzten Part noch dieses geöffnet und auch herausgefunden, dass es sogar ein zweites Ende gibt, dann sind wir hier und hier entlang, haben aber da nichts öffnen können. Und ich wollte jetzt einfach mal hier schauen, ob es vielleicht noch ein fünftes Tor irgendwo hier sein soll. Und bin jetzt interessanterweise hier gerade auf eine Schatztruhe gestoßen. Beziehungsweise einfach eine Truhe. Ja gut, ich dachte mir, es wäre keine spezielle, aber egal. Ja, liebe Leute, ich habe noch was rausgefunden. Und zwar bin ich hier, ja, bei diesem Wetterding. Und wenn wir hier nach unten gehen, können wir noch etwas finden. Wie und wo, keine Ahnung. Aber ich zeige euch, wieso ich jetzt das weiß, dass wir hier noch etwas finden können. Und zwar, wenn er dann nach unten gekommen ist, kann ich hier auf Start drücken. Und hier, das zum Beispiel haben wir gewonnen, das, 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 das. Also es gibt hier noch das letzte Schwertteil und irgendetwas anderes. Entweder so, oh, vielleicht ein Aussichtspunkt könnte es sein. Oder irgendetwas anderes. Weiß es nicht. Ja, wir können das jedenfalls noch finden. Und wo denn das genau ist. Äh. Ja, danach suche ich jetzt noch und wir sehen uns gleich wieder. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt noch an einen anderen Ort hingegangen. Und zwar gehe ich nochmal kurz raus, um euch zu zeigen, wo. Und zwar dachte ich, wie leicht ist das zusammenhängt. Äh. Und zwar an der Stelle hier. Äh. Weil ich habe hier überhaupt nichts gewunden beim anderen Ort. Ich hoffe natürlich, dass ich das überhaupt noch erreichen kann. Weil, äh. Naja, das Upgrade für das Schwert wäre schon für die 100% noch wichtig. Und hier drin gibt es einfach noch so eine, äh, Energiekugel. Beziehungsweise. Wie ist das denn die Dinger? Eine Energiezelle, habe ich sie genannt. Ja. Ja, liebe Leute, ich habe ihn gefunden. Und zwar, wenn man hier weiterläuft. Ja, ihr wisst hoffentlich. Ihr seht hoffentlich, wo ich meine. Man läuft ja dann noch hoch hier. Und dann kann man hier noch weiter nach hinten. Anscheinend habe ich das niemals getan. Und hier hinten findet ihr diese Energiezelle noch. Ja, super. Ähm. Schaue ich mal weiter. Dann schaue ich mich mal weiter um. Und vielleicht finde ich noch irgendetwas. Ja. Ich versuche einfach in diesem Part noch die 100% zu erreichen. Vielleicht wird es auch noch einen weiteren Part geben. Keine Ahnung. Aber es kann gut möglich sein. Ähm. Ja, liebe Leute. Ich habe noch was gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ja, doch. Das müsste zusammenhangen hier. Und zwar haben wir hier das Problem, dass wir hier irgendwo einen Schmetterling noch haben. Und ich habe jetzt gesehen, ich kann mich hier, wenn man hier rauf geht, festhangen. Äh. Das ist mir jetzt erst jetzt aufgefallen. Ich bin so unten lang und sehe so etwas Blaues leuchten und dachte... Okay. Oh. Ja. Dann wird das hoffentlich die Lösung sein. Ja, es sieht so aus. Ah ja. Endlich, endlich. Das hätten wir schon längst machen können. Wie alle anderen auch. Ich dachte nur so... Wie geht denn das? So, jetzt ist die andere Frage. Wo gibt es denn die anderen zwei Schmetterlinge noch? Ja. Würde es sein, dass es in den Höhlen noch gibt? Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe ja eigentlich diese Türe gesucht am Anfang. Aber ich habe sie nicht gefunden da hinten. Ich weiß auch nicht, ob es da eine hat. Und vielleicht hat es hier unten auch noch eine. Ich weiß es leider nicht. Ja, und ob ich alle Aussichtsplattformen bisher gefunden habe, das weiß ich leider auch nicht. Ja. Ich werde jetzt einfach weitersuchen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, liebe Leute, ich habe noch was gefunden. Und ich bin hier. Also, genau. Und ich bin hierhin eigentlich wegen diesem Ruhr. Weil ich dachte, das sieht ein bisschen komisch aus. Und dann habe ich gesehen, hier gibt es noch einen weiteren Schmetterling. Ja. Ja, ich bin eben wegen dem Ruhr hier eigentlich gewesen. Aber ich glaube nicht, dass ich da hinkommen würde. Nee, da komme ich niemals hin. Ja. Ich den Schmetterling übersehen habe. Ja, ist doch klar, oder? Ich dachte nur, vielleicht, ja. Eine weitere Röhre. Vielleicht irgendetwas. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich irgendetwas anderes gefunden habe. Ja, liebe Leute, könnt ihr euch noch an die Höhle erinnern, die uns überhaupt nichts gebracht hat? Wenn nicht, dann zeige ich euch mal, wo sie ist. Und zwar hier. Wir sind ja hier hineingegangen. Ja. Und da war einfach nichts, beziehungsweise konnten wir hier nichts anfangen. Jetzt werden wir hineingehen und wir werden sehen, dass sie geflutet ist. Und zwar, wenn wir hier auch Start drücken, sehen wir, dass drei Dinge uns will. Ein Herzteil, ein Energie und, naja, irgendetwas anderes, der Aufziehpunkt oder so. Die Frage ist jetzt, wenn ich nach unten springe, sterbe ich? Jetzt nicht mehr, Anja. Okay. Gut. Früher bin ich immer gestorben. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hinter... Oh, oder wo? Na da. Okay. Sehr interessant gemacht. Es muss alles zuerst geflutet sein. Oh, ich sehe das Herzteil, aber ich komme noch nicht ran, weil ich von der anderen Seite ran kommen muss. Oder herankommen muss, wie so gesagt. Ja, ist jetzt schön zu sehen, ich mache schon wieder den Silken hier. Schön zu sehen, dass manche Dinge auch noch gemacht werden können. Ich habe die Höhle schon lange überlegt, wo war denn die nochmal und so. Die andere Frage ist natürlich auch noch, wie kommen wir hier wieder raus? Hier gibt es auch noch Gegner. Oh. Da hinten gibt es sogar noch Bots. Interessant. Kann das vielleicht auch sein, dass es uns an dem Bereich hinführt, wo wir eigentlich hinwollten? Also, mir fehlt ja noch ein anderer Noten. Nee, das ist zwar relativ weit weg, aber keine Ahnung. Und ein weiteres Herz. So, mit haben wir eventuell alle, die es gibt. Also, elf Herz. Oh, da gibt es noch ein... Ich muss schon sagen, grob hier, aber... Äh, ein Riesenfest. Die sind eigentlich auch nicht so das Problem hier. Und tot ist da. Und tot ist da. Ähm... Ähm... Okay, den kann ich noch nicht aktivieren, anscheinend. Weil ich hier... Aha. Dieses Ding rausnehmen muss. Okay, anscheinend hätte ich da sowieso nicht weiter gekonnt. Beziehungsweise gekonnt schon, aber... hat mir nicht zu viel gebracht. Sie können sogar schießen. Seit wann denn das? Oder haben sie für diesen Bereich absichtlich noch andere Bots, neue Bots, gemacht? Da kann ich nicht hoch. Das bringt mir was. Ach, die Plattformen gehen wieder hoch. Aber wir haben... ...bei Dinge noch nicht. Die kriegen wir hoffentlich hier. So. Da unten war nichts, hoffentlich. Also nichts von Bedeutung, meine ich. Ich weiß nur, der Checkpoint war ja dort in der Nähe. Okay. Das ist dann. Ledermäuse, die wegfliegen. Ich will eigentlich nichts übersehen. Ähm... Und jetzt? Ja, ich denke, wir mussten auf die richtige Seite. Nicht mal davon. Ja, ich denke, wir mussten hier raus. So, nochmal hier. Ach, das gibt's ja nicht. Aber ich sag's mal so. Was wäre hier ein Bad bei mir, ohne dass ich einmal sterbe? Gut. Im Prinzip hat das jetzt auch hier eine Abkürzung, ja? Okay, das nächste Mal sollte ich noch mal sterben, was ich gar nicht hoffe. Da werde ich halt das auch noch mal so machen. Aber jetzt frage ich mich schon, wenn ich jetzt hier weitergehe, komme ich da hin? Geht's da raus? Ah, noch nicht. Ah, da ist die Aussichtsplattform. Okay, da komme ich nicht gerade so hin. Ah, da ist auch der Robert. Der Energiekern. Wäre denn noch interessant zu wissen, wo ich denn nachher rauskomme. Also, wir sehen sie ja jetzt auf der rechten Seite, das war der Eingang. Sie sehen wahrscheinlich kommen hier oben irgendwie raus oder so. Okay. Aha! Da ist die fehlende Tür. Ich muss sagen, die Gegner finde ich am mühsamsten, weil, naja, ich kann ihren Schild nicht zerstören. Oh. Ich wollte eigentlich eine gewisse Attacke, Attacke, Antacke, Attacke ausführen, und zwar die, ich zeige es euch gerade noch mal. Ach. 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 So clear. Ach. es ist vor allem halten die auch enorm viel aus finde ich irgendwie komisch wir haben endlich alle gut So, geh hinein. Hier sieht's ein bisschen kaputt aus. So, wie geht's denn weiter mit der Geschichte? Ich habe zwar keine Ahnung, was das alles hier zu bedeuten hat, aber anscheinend soll das die Geschichte und irgendetwas erzählen. Naja, ich würde sagen, ich schaue mal, welches das nächste Tor ist und wir sehen uns gleich wieder. Ja, liebe Leute, ich habe noch was gefunden, aber ich dachte, ich wäre hier schon mal gewesen und das wird uns auch schon angezeigt. Und zwar so ein Energieding. Hier hinten konnten wir diese Dinger wegmachen und dann dreht die Kamera auch mit. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier schon war oder nicht. Anscheinend aber brauche ich das noch wieder, falls das so gewesen sein sollte. Gut, das war vielleicht unten, wo ich dann gewesen bin. Egal, ähm, naja. Ich habe wieder mal einen weiteren Absturz gehabt. Ich habe auch, äh, bin an die anderen beiden Türen heran und ich kann sie nicht öffnen. Ich weiß nicht, was mir da noch fehlt. Vielleicht muss ich das Schwert auch komplett haben. Keine Ahnung. Kann gut sein. Ich weiß es leider nicht. Ich suche jetzt einfach mal ein Checkpoint und dann schaue ich mal vielleicht, wo das Ganze sein kann. Aber das werde ich dann eben machen. Also, wir sehen uns wieder gleich. Ja, liebe Leute, ich bin nochmal hier, um das zu holen, was uns noch fehlt. Und leider können wir eines nicht mehr erreichen. Das kann man nur, wenn man das erste Mal hier ist. Beziehungsweise kann man es irgendwie doch und irgendwie, ja, ja. Es wird jedenfalls hier nicht mehr gezählt, äh, als dass man es hier unten löst. Und zwar fehlt uns ja noch ein Wertteil. Das können wir ohne Probleme holen. Aber das andere hier, ähm, wäre eine Aussichtsplattform. Beziehungsweise so ein Ort, wo wir, naja, wie gesagt, so hinsetzen. Und das wäre, wenn man zum ersten Mal hier hinkommt, bei dieser Plattform, die am Anfang hier unten wäre. Da gibt es ein paar Bildfehler, ja. Und das andere ist das Schwert hier. So, das übersieht so gut wie jeder. Und mir ist das leider ja auch passiert. Und zwar müsst ihr einfach hier hoch. Ganz einfach. Dann in den Raum und hier nach hinten. So, Vorsicht. Wählt ihr nach unten. Ja. Und das wäre es. So, wie die, die jetzt noch nicht verstanden habe, haben sollten, welche Plattform, ich meine. Das zeige ich nochmal. Und zwar habe ich das auch damals gesagt. Ja, was bringt jetzt diese Aussicht da? Weil, ich bin jetzt trotzdem noch in den Tod. Ich kriege wohl alles hin. In diesem Part. Überhaupt in diesem Spiel. Das Sterben ist für mich hier, naja. Achtägliche Programm. Ich würde mal sagen. Ja, das ist ein Witz. So, könnt ihr euch noch daran erinnern. So, jetzt ist euch wieder fast gestorben. Und zwar diesen Teil hier. Als das, diese Plattform hier mal noch unten war, konntet ihr dort darauf diese Aussicht genießen. Da man das aber jetzt hier eigentlich zwar machen kann, aber das nicht wirklich viel bringt, weil man hier die Aussicht genießen kann und er als Punkt angezeigt wird. Ja. Das bringt uns überhaupt nichts. Ja, wo jetzt das letzte, äh, der letzte Schmetterling ist, habe ich keine Ahnung. Ähm, Herzen haben wir alle. Und auch die Energie ist komplett. Ja. Ich werde mich jetzt jedenfalls teleportieren und schauen, ob ich jetzt endlich diese Türe dann aufbringe, wenn ich das Schwert erweitert habe. Aber ihr sitzt da. Auch gleich. Ja, liebe Leute, da ich bemerkt habe, dass an der Stelle der Part doch zu lange werden würde, verabschiede ich mich hier von euch. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Let's Play Hope. Also, macht's gut. Und tschüss. 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 Vielen Dank.